Oh no, I think we are a peckleck, a peckleck, a peckleck, a peckleck, a peckleck. Kätchen, das ist die Tochter eines Försters, die möchte gern einen jungen Mann aus der Stadt heiraten, Wilhelm. Ihr Vater besteht aber darauf, dass sie einen Jäger heiratet und Wilhelm kann überhaupt nicht schießen. Dann trifft er aber im Wald auf peckleck den Teufel und dieser Teufel gibt ihm magische Kugeln. If you're to bring back something for us, I have bullets for sale! In dieser Geschichte geht es um Gewinner und Verlierer. Jeder hofft, ein Gewinner zu sein, aber zumindest die Hauptfigur verliert am Ende alles. Es sind Menschen auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach einem sinnstiftenden Leben. Und das macht sie, glaube ich, verführerisch für den Zuschauer. Man geht mit ihnen mit, man leidet mit ihnen mit und lässt sich auf diese Welt und dieses Abenteuer ein. Ich glaube, das Faszinierende an dem Abend ist, dass jede dieser Figuren so eine ganz eigene Ausdrucksmöglichkeit hat, die die Stimme vorgibt. Also jeder hat seine eigenen Songs, die er ganz individuell singt. Und das macht natürlich den Charme aus, weil es geprägt ist von den Schauspielerpersönlichkeiten, aber auch von der Rolle. Und das sind wirklich Figuren, die um ihr Leben kämpfen und leiden und eine Welt durchleben, einen emotionalen Ausnahmezustand erleben und der nimmt einen mit. Six are yours, and hit the mark, and one is mine, and hits the dark. William Burroughs, der amerikanische Schriftsteller, der den Text für diesen Abend geschrieben hat, der hat einmal gesagt, das Fazit ist eigentlich, ein Teufelspakt ist immer auch ein Narrenpakt, denn man versucht, alles für nichts zu bekommen und schlussendlich verliert man alles und steht mit leeren Händen da. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020